Digger, warum komme ich immer in Lobbys rein, die gerade anfangen, Digger? Ja, oder wenn die Runde jetzt nochmal eins von... Nein, Chat, ihr versteht das nicht. Wenn man fünfmal hintereinander in ein Lobby reinkommt, wo die Runde gerade anfängt, das nervt einfach, Digger. Bring mir noch ein Lobby, wo die Runde gleich zu Ende ist oder keine Ahnung, weißt du, aber dieses eins von drei ist so ein Triggerpunkt bei mir, da stehe ich Ausraster. Ihr rastet nicht aus. Jetzt kannst du hier nicht ausstellen, Mann! Was ist denn das? Ah, danke! Hat ja auch nur... Ach, Digger, Schatz! Eins, zwei... Let's go! Die Map kenne ich noch nicht. Ich glaube, das ist aber die Remake-Map von dem N64-Teil. Da bin ich nicht alles täuscht. Oh. Ne, doch nicht. Also, ich kenne die nicht. Also, ich weiß nicht, ob die krass umgeändert worden ist. Diesen Bereich kennt man aus dem N64-Teil. Aber die gesamte Map war trotzdem da anders. Den Teil kenne ich hier. Aber das davor war anders gebastelt. Naja, das ist von der N64-Map hier. Oh, er hat drei rote, Bruder. Oh, nein! Och, Mann, ey! Naja, egal. Ist ja noch ein bisschen. Oh, nö, ey! Er hat wieder eine rote! Bruder, was ist das für ein Geficke hier, Mann! Siebter, Digger! Was ist denn das? Ja, okay! Die Musik macht mich auch gerade ultra-aggressiv. Pilze! Ernsthaft jetzt! Okay. Bisschen spät, Rudi. Viel zu spät. Bodenlos, Mann. Bodenlos gebrochen. Oh, da heißt eine Daisy Taylor. Sympathisch. Man kann sie unterhalten, Bruder. So, let's go. Die Map habe ich noch gar nicht gezockt. Schauen wir mal. Oh, mein Gott, Digger. Digger, ist das für eine Karte, Alter? Oh, wie hoch fliege ich denn hier, Mann? Wo geht's hier längs? Ach, du Schwanz, Digger. Ah! Ah, ich bin selber reingefahren. Was ist das denn für eine Map, Digger? Das ist auf jeden Fall die anspruchsvollste... Oh, nee, Diggi. Auf jeden Fall die anspruchsvollste bis jetzt. Ich komme hier... Oh, ein goldener Pilz, Digger. Really? Ich komme hier gar nicht klar. Aua! Aua, Digger. Wie viele verschiedene Wege es hier gibt. Aber, Digger, ich bin 11 da! Hallo! Digger, was ist denn das hier für eine Karte, Mann? 12 da, gib... Bruder, das ist so bodenlos. Was hier für Geschenke wieder unterwegs sind. Klasse, wirklich. Also, Bruder, da wird das aber hier nichts mit den Dick Points. So, also, vielleicht mal auf gute Geschenke. Was zum Attackieren, was? Oh. Hab gefettfingert, aber das Geschenk schmeckt. Komm, Blitz! 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 Eine für einen blauen... Oh, dann nehmen wir mal die Rakete hier. Die hat eine gute Länge, die Rakete. Siebter, Digger. Ich fühle mich, als wenn ich auf dem Ersten bin. Sag ich euch so, wie es ist. Aua! Aua! Ah, okay, jetzt ist die dritte Runde. Okay. Gut. Oh, die Geschenke spielen jetzt mit. Blitz, 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 Blitz... Oh, hä? Die Runde war schon zu Ende. Boah, ist das eine verspitzte Scheiß-Lobby. Abstand. Wo ist meine Rote gerade kaputt gegangen? Ich verstehe es nicht, Digger. Warum ist die Rote an mir vorbeigeflogen? Und... Bruder, was passiert hier gerade? Ich sehe nichts. Ich bin voll gewichst. Aua. 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 Verpiss dich, Junge! Aua! Wen schadet denn? Schmutz! Ja, fickt meine Mutter nochmal, okay. Ich krieg vor mir eine Rakete, Digger. Oh, ja, gib mir die fleischfressende Pflanze, Digger. Oh, ja, gib mir die fleischfressende Pflanze, Digger. Oh, ja, gib mir die fleischfressende Pflanze, Digger. Reicht übersteuert. Ist mir scheißegal! Zeig mal den Klipp. Aua! Geil, Digger. War nur eine Proberunde, ob der Controller noch funktioniert. Menschen Skinners. So, ersten Platz, Safeness. Das war's. Das war's. Das ist... Das ist so anstrengend, glaube ich, gerade. Aua! Er schießt eine rote nach hinten, Bruder. Wer hat seine Mutter gefickt? Ich kann die Geschenke nicht reinskrippen. Und krieg zwei Pilze. Der Eger ist wohnenlos. Katja, komm mal her, hier. Pilze. Pilze! Scheiß drauf, Digga. Scheiß auf das Game. Ach, Mann, hier. Ach, der Schmutz. Ah, er hat den Boost nicht genommen. Oh, Mann. Ah, Bruder. Kommt sowieso gleich eine Finanzen, Bruder. Gut. So. Verpässt euch, ihr fetten Kühe. So, wir saveen die Banane. Kriegen wahrscheinlich sowieso nur eine Münze jetzt. Eine Sache kann ich abwähren. Kein Problem. Gut. Ja, egal. Wir schaffen es easy. Gut. Wichtig und richtig. Fürs Selbstbewusstsein wichtig. So, let's go. Neue Runde, neues Glück. Okay. Na, komm, erste Runde probieren wir die Abkürzung. Gut. Das ist big. Aber hart auf hart, so viel bringt sie auch nichts, Digga. So viel bringt die auch nicht, die Abkürzung. Och, du Fettsack. Abstand von dem. Ah, schlecht gemacht von mir. Ah, egal. Vollgewichst. Seh nix. Eine für ein Blure. Richtig und richtig. Treff mich nicht, bitte. Och, Bruder. Na, so ein schlechtes Timing, Digga. Ich hab gerade zwei rote gehabt. Muss doch nicht sein, Bruder. So schöne Geschenke am Arsch drehen gehabt. Ah, eine grüne. Schwanz. Ja. Ach, weißt du was, Digga. Dann scheiß drauf. Dann scheiß drauf, Bruder. Vielleicht auch nicht. Gut. Oder, also, womit habe ich das verdient? Ich verstehe es nicht. Ja, okay. Bestes Spiel aller Zeiten, Bruder. Bestes Spiel. Hab ich es immer gesagt. Seit Tag eins. So, rein mit dir in den Bruch. Digga. Ich hab einfach gerade selber zu mir gesprochen, Digga. Rein in den Bruch und ich fahre in die Banane, Digga. Ah, nein. Let's go. Neue Runde. Neues Glück. So. Abfahrt. Spiel ich das erste Mal. Oh, äh. Okay. Nice. Kann man... Bruder, man kann eigentlich voll viele Abkürzungen oder... Ne, doch nicht. Oh, die ist aber relativ kurz wie mein Schwanz. Ne, das ist eine scheiß Abkürzung. Die bringt auch nichts, die Abkürzung hier. Vom Bauchgefühl ist die scheiße. Ne Banane, Bruder. Was soll ich damit, Alter? Okay, wir sind aber noch gerade im Mittelfeld. Das ist noch okay. Das ist noch okay. Richtig. Na, da wäre der Pilz gewesen für die Abkürzung. Schmutz. Mal ein bisschen Abstand. Folgewechsel, ich sehe nichts. Drei Pilze, Bruder. Na, perfekt. Wie kann das sein, Digga? Aber gut. Naja, scheiße. Ich werde hier auf jeden Fall durchgereicht. So viel steht fest. Sag ich, ich kriege eine Rakete jetzt. Ja, Bruder, was ist denn das? Was ist das, Bruder? Ah, also für ein Geschenk als Siebter, he? Sechster. Schmutzmann. Sechs mal steht für sechs. Let's go. Ah, hier mache ich safe den ersten Platz, Bruder. Kein Geschenk. Verpiss dich, Digga. Oh, Digga, macht doch alle mal euch beiseite, Mann. Ein Pilz, okay. Bruder. Okay. Er nimmt den Boost hier manchmal und manchmal nicht, Digga. Das verstehe ich nicht. Oh ja, Digga. Oh ja. So. Und beiseite mit dir. Beiseite mit dir, du Schmutz. Beiseite. Aber rein ins Elend jetzt. Und jetzt schön rein ins Elend. Schön rein ins Elend. Ja. Gefällt dir das, hä? Gefällt dir das? Ich habe gefragt, ob dir das gefällt. Ha? Und jetzt kommt leider eine für den Blauen. Ich garantiere es euch. Okay. Ach, ich bin einfach ein Bitch. Scheiße, Digga. Egal. Schlecht gefahren, Bruder. Schlecht gefahren. Einfach schlecht gefahren. Habt ihr gesehen, wie lange mein Boomeran weg war? Das verstehe ich auch nicht, Digga. Ja, Bruder. Perfekt. Sex. Der doppelte Sex-Lifestyle. Bruder. Scheiße. Ah. Was ist so fun? Huh? Ah! Oh ja! Abstand, lasst euch gut gehen, wieder schauen, reingauen, Kuss. Kuss, Kuss, Kuss.